Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Part 6 von Mario 64. Im letzten Part sind wir ins Schloss von den Kooper-Brüdern eingedrungen und wir werden jetzt fortfahren. Ich habe natürlich ein Level hochgelevelt. Ich bin jetzt auf Level 4 und habe mir OP-Punkte geholt, also Ordnung-Punkte. Und habe jetzt alles ausgesucht, was wir hatten. Und ja, jetzt geht es mal weiter. Vielleicht kann ich es ja jetzt heute besser, ups, ich habe fast die Flasche umgegriffen. Äh, ungegriffen, ungeschmissen. Und ich habe es auch schon einen Trick, wie ich die Bonbons besiegen kann. Ich zwar dauert zwar ein bisschen länger, aber besser als 10.000 Millionen Schaden zu kassieren. Ja. Und mittlerweile kann ich auch schon ein bisschen blocken. Zwar haue ich sicher, auch noch nicht. Aber jetzt. Nein! Ich habe nämlich mit dem Hammer hier drauf gefahren. Mit dem normalen Weil. Ups. Okay, das ging jetzt in die Hose. Aber mit dir soll das eigentlich fühlen, dass das in die Luft springt. Also. Müssen Sie selber nur böse machen und dann reicht das schon. Für ihr Todesdaten habe ich es nicht geschafft. Das sind Kapitel, die ich bis jetzt verloren habe, waren nur von den Bonbons. Und Cooper hat den blödsten Job ever. Ich muss immer die Bombe zum Extrudieren bringen. Natürlich könnte das Mario auch, dann kriegen wir Schaden und das wäre natürlich nicht so toll. Und das war es jetzt auch schon. Diesen Bombo. So, wir haben genau vier Sterne-Punkte gekriegt für vier Gegner. Das total nervig ist. Weil wir nur so wenig kriegen. Achso, da geht es nicht weiter. Interessant. Und dann fliegt es für ein Paracrupa. So. Dann drücken wir mal auf diesen Knopf da. So. So. Ah, die Stiege geht runter. Da. Und dann. Um ehrlich zu sein, nicht kann man doch diese Tür gehen. Achso. Geht ja gar nicht so gut sein. Hab ich nicht mitbekommen, dass die zu ist. So. Da ist ne Tür. Und sie hieß nochmal. außer vielleicht den Böder Gegner erst mal Durchgang auch nö ach nee oder ja da konnte ich gar nichts machen da müssen wir leider niederspringen das nicht was er funktioniert hat ich hätte nicht in diesen Raum gehen sollen ich mach mal hier den Powerpanzer ok jetzt hat es nicht gerade ausgezahlt wenn wir beide nur ein Schadensbuch kriegen ui ich dachte ich springe mir auf den Kopf so wenn ich sage ich springe mir mal so deftig auf den Kopf ja will ich dich mit dem und den genau wow wegen so viele Punkte für nichts ich hab zuvor gedrückt nie sehr egal bock bauch ihn auch so dann geht der Probe noch den Rest ich kann natürlich auch mit Mario Kämpfer aber das macht mir Schaden weil dann muss ich nicht weg zu timen sondern nur ziehen und dann warten bis es da ist nächster ja was hätte ich da tun sollen das ist jetzt wieder die Frage so was haben die getan ich hab's nicht gesehen ich springe mir mal deftig auf den Kopf dann fliegst du dich auf den Rücken oder ja du fliegst gleich auf den Rücken das ist perfekt das ist so perfekt dann kann ich dich mit dem töten kann sich aufstehen und er greift mich an guck guck weil dann kann ich dich nämlich auch unterholen erst mal so und dir kann ich mal deftig eins aufs Beuchel gehen so dann passt das auf so ne blocken wir mal dann sprich die wieder auf den Kopf dann hast du Spaß mach gleich auch noch Räuchlein so so der kann es nichts machen und ich springe mir noch das Räuchlein und das ist egal und kann ich zwar noch aufspielen okay hätte zweimal gereicht aber ich kriege so viel Erfahrungspunkte wirklich das ist wow deswegen habe ich mich auch umentschieden nicht weiterzuleben weil es sich erst mal ansatzweise was bringt weil müsste ich 100 Gegner besiegen das wäre dann schon ähm unnötig würde ich meinen so so ich dir auf den Rücken spiele damit du nicht weiter auf die Nerven gehst dann möchte ich mal so 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 bitte spiel mal weiter auf den Bauch so dann kommt noch Koopa dran hast du eigentlich wirklich Koopa ja du hast nur Koopa okay zack 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 da reicht wenn wir eigentlich einen Schaden machen aber irgendwie bekomme ich immer hin dass es mehr Schaden sind egal so wir haben diesen tollen Monster Raum wenn ich ihn mal der Koopa Raum geschafft irgendwie irgendwas als Belohnung ne ach wie mies oh 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 ich muss meine Flasche weggeben ich schmeiße die sonst um wenn ich mit dem Fuß herum wackele ah Schlüssel wir haben eine Festungsschlüssel halten das ist toll wie mein Popochen ok das war man nicht ansatzweise schwer so langweilig nicht mehr so dass diese Kü- 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 Küpers kommen ist mir das jetzt nicht egal ich möchte auch durch diese Tür gehen weil die ist ja auch noch da da waren wir noch nicht drinnen ok Bumbas wissen wir dass hier ein käfig ist okay er ist ja eigentlich auch nicht wirklich und so ein riesen gewandt das wissen wir hochbomben wesen rosen bonbon gesehen hat das ist unser nächster partner also ja hast du nicht gespoller mäßig aber so dann gehen wir mal weiter ja ich möchte den festen schlüssel verwenden denn die kuba nicht wirklich kann gut versteckt haben das ist perfekt glaube ich oh nein sieht so aus sei mario hier also logischerweise ist da unten das gefängnis so da ist noch ein spalt da können wir später rein allerdings werde ich mal durch diese tür gehen die lacht an der schule ja ich habe gut gedacht kann man nicht speichern mein nächstes anteil das schloss mal gesagt hinten ist glaube ich die kiste ja können wir alles erst hin wenn wir etwas zum bomben haben das haben wir noch nicht also kann auch ein bisschen dauern bis wir dort sind jetzt nicht drauf drehen weil das dauert mit zehn millionen trilliarden jahre ich hoffe jetzt einfach kein gegner weil ich das mit mir gegner sind okay da ist noch ein raum möchte ich mal reinkommen das habe ich nicht gesehen der ausfüllen an uns an raus kommt kloppt schon liegst du auf deinem rücklicher wie ein viel blöder krufe wort wird's vor allem goombas die bonbons dann springe ich dir klebe ich mal voller schmerzen auf dem brauch und da ich jetzt wirklich faul bin ich keinen bock zu warten macht jetzt einfach mal sauer stecken mir einmal schaden aber ich habe keine lust zu warten das war es dann mit diesem bonbon war ich habe schon gefühlt dass meine stimme voll leise ist aber ich kann ja auch lauter machen die blumenpunkte sehr schön okay da kommen wir später brauchen wir noch einen schlüssel sprich wir müssen hier später noch mal hin allerdings mit einem festen schlüssel voraussichtlich und ich würde sagen wir mal dagegen wo ich dagegen springen kann so und adios amigo hilfe eigentlich nur die so herumzappeln sind dort von 4 tut es nicht wirklich weh jetzt kommt er wieder hahaha loser geschieht ihr ganz recht du bist darauf reingefallen ich hätte so das so hin müssen also das prinzipiell egal gewesen da können wir uns aufheilen das ist toll was war das willkommen die denn her hallo ich habe mich gefragt wenn du wohl sein magst aber bist du nicht mario in einer millionen jahre hätte ich nicht erwartet eine berühmte wirklich so an ort zu treffen wer ich mein name ist vom bett falls du es noch nicht bemerkt dass ich bin ein bonbon schön dich kennen zu lernen okay ich werde mich erst mal hier schon aufhören und die anderen bonbons machen soweit ich weiß nicht wirklich was aber ja was sagst du warum ich hier ein gespürt bin ganz einfach weil ich eine potenzielle gefahr bin zumindest für diese diese schlapp schwänzigen cooper wurde zuerst habe ich ebenso wie die anderen bonbons nur hier gearbeitet aber diese kurve brüder als bausern die macht kam haben sie angefangen und zu tyrannisieren ich konnte es nicht mehr ertragen also bin ich einfach neben ihnen explodiert ja das war wohl ein fehler die kurve fanden das nicht sehr komisch und deshalb tut sich jetzt in kittchen haben sie auch noch die anderen bonbons eingesperrt weil sie einen ausstand befürchteten ein bonbon rebellion eine bonbon rebellion was sagst du dazu oh verzeihung ich war es ist eine lange geschichte aber egal mario wir wollen hier raus glaubst du dass du uns bei unserer flucht helfen könntest oh bitte bitte wenn du uns hilft verspreche ich auch dir zu helfen ja klar oh wie schön von jetzt an wollen wir für immer freunde sein wir werden ein super team sein mario ohne mich zu verlieren und bett gehört zum team drücke runter um moment auf eine explosion spaziergang zu schicken sie kann manche männer und felsen sprengen oder schaltet zeitverzögert aktivieren im kampf kann sie einen gegnern am boden mit body slam angreifen oder mit bomber gehörigen respekt anflüssen ist überlegen wie wir von hier verschwinden können ach ja was hätte ich vergessen ich habe dir ja noch gar nicht gesagt was meine spezialität ist wie dumm von mir ich kann explodieren pass mal auf wenn du irgendeinen sprung an der wand siehst kann ich sie wahrscheinlich zum einschutz bringen versuchen wir es doch mal hier schnauf schnauf geh in deckung ach so ja 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 geh weg von mir ein bomb da hast du es gesehen weißt du jetzt wie ich dir benutzen sein kann mario ein fluchtweg nun ich habe bis jetzt noch nie daran gedacht es auf diese weise zu probieren ich war so wütend dass ich immer nur an derselben stelle in die luft gegangen bin okay das war vielleicht ein bisschen blöd naja egal hauptsache wir können jetzt von hier verschwinden das gilt für uns alle vielen dank mario vorher dann werde ich dir folgen und dir helfen wo ich nur kann ruf ich ruf nach mir und ich bin da so genug gepladert ich habe noch eine rechnung mit den kubarollern zu begleichen ja ich auch hier ist glaube ich noch irgendwo was was soll der krach falsche baum und es versucht es vergessen hat innerhalb der fetten ist jetzt mit ausnahme von notfällen strikt untersagt zu explodieren fast zu mario was machst du hier ich renne schon die ganze zeit hier herum falls es dir nicht aufgefallen ist nichts gutes würde ich sagen los alle auf vielen vielen so ich werde cooper mal auf den kopf springen und aufs bäuchlein so ich hätte das gedrückt halten soll das hat keiner gesagt ich habe doch nicht geachtet dann können wir mal die bombe testen so perfekt so dann kann ich nicht mal den hammer schlagen und jetzt verführe ich noch mal im body slam halte a gedrückt und lass los wenn städtchen aufleuchtet ja und sie fliegt bitte noch luft weil sie auch eine bombe ist und ihr macht es genauso wenn ich schaden die kuba das teilen dies wäre wenn sie schaden kriegen würden weil es wird wahrscheinlich unsere kapitel zu werden ganz viel ja auch nicht super ganz viel so ist natürlich hier zurück allerdings weiß ich jetzt schnell speichern gehen und erst mal diese kiste holen also ja damit ich den partieren kann aber jetzt mal holen wir uns die kiste also bonbon bitteschön so